Eine gewisse Leidenschaft muss man definitiv mitbringen. Da sind dann viele Wege offen, aber am Anfang muss ein bisschen Überzeugung und ein bisschen Gefühl in den Händen einfach da sein. Und zwar suchst du dir irgendwas, wo deine Skills und deine Talente liegen. Und dann ist es wichtig, halt Erfahrung zu sammeln und Fehler zu machen. Und immer besser werden. Mein Beruf hat mich da echt richtig rausgefordert und mutig gemacht. Selbstbewusster, zielstrebiger halt auch. Und umso mehr man kann, umso mehr glaubt man natürlich auch an sich. Ich bin erfüllter in meinem Dasein einfach. Wenn es leicht ist und Spaß macht und wenn man die Zeit vergisst dabei, dann ist es glaube ich Traumberuf.